Vor vielen Jahrhunderten, zur Zeit als die Pyramiden erbaut wurden, spielten ägyptische Pharaonen ein Spiel, welches sich Yu-Gi-Oh! nannte. Um der König der Spiele zu werden, musst du drei Sachen in perfekten Einklang bringen. Körper, Geist und Deck. Alles klar, das krieg ich hin. Womit geht's los? Trainiere deinen Körper. Mach Sport. Und warum? Weil Sport gut ist. Isst mehr Obst. Ernsthaft? Obst? Ach nein, isst mehr Toast. Als nächstes trainiere deinen Geist. Verstehe deine Karten. Werde eins mit den Karten. Nun der dritte Punkt. Das Deck. Werde vertraut mit neuen Karten. Glaube an das Herz der Karten. Alter, ernsthaft? Klischeehaft, da geht's echt nicht. Kleiner Scherz. Upgrade dein Deck. Nein, upgrade dein Deck. Upgraden. Jetzt bist du bereit.